Also eine Niederlage war natürlich nicht zu erwarten. Wir sind nicht nach Berlin gefahren, sondern weil wir aus dem Turnier im Plauen schon wussten, dass die Neuköllner auf jeden Fall schlagbar waren. Es ist umso bitterer, da sie heute auch schlagbar waren, aber wir durch viele individuelle Fehler und mannschaftsdienliche Fehler leider den Sieg aus der Hand gegeben haben. Vor allem im defensiven Bereich haben wir sehr oft nachgelassen und die Neuköllner zu leichten Tore ermöglicht. Das war, glaube ich, ein bisschen der Knackpunkt heute. Die größten Unterschiede zu der Position sind natürlich auch die körperlichen Unterschiede zu den Gegenspielern, die wesentlich kräftiger sind als in meiner Jahrgangsstufe und dass das Spiel wesentlich schneller abläuft, dass Entscheidungen viel schneller getroffen werden und dass vor allem die Fehler, die man selbst macht oder die Teamspieler machen, viel schneller bestraft werden von den Gegenspielern, also zu leichteren Toren führen, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Ich bin recht zufrieden mit meiner Leistung. Sie war in Ordnung, obwohl ich natürlich auch in der Verteidigung Fehler gemacht habe, aber trotzdem konnte ich mein erstes Bundesligator heute schießen, was mich persönlich im Nachhinein natürlich ein bisschen freut, aber was die Niederlage nicht besser macht. Und ich hätte mich natürlich mehr über einen Mannschaftssieg gefreut anstatt jetzt über mein einzelnes Tor. Das wäre mir wichtiger gewesen. Dadurch, dass wir die nächsten beiden Spielwochenenden frei haben aufgrund des Pokalwettelwerbes, an dem wir noch nicht teilnehmen, sondern erst in der dritten Runde einsteigen, haben wir jetzt viel Zeit, um uns individuell zu verbessern und auf der taktischen Ebene uns noch zu steigern, um dann am 12.11. perfekt vorbereitet gegen Bayer Oerdingen ins Wasser zu steigen und dann unseren ersten Sieg der Saison einzufahren.